Herzlich willkommen zurück zur weiteren Aufnahme vom Foodtruck Simulator, bei dem wir im letzten Mal ja kurioserweise bei unserem, ja anscheinend Konkurrenten einbrechen mussten und Rache nehmen mussten dafür, dass bei uns alles abgefackelt wurde. Jetzt hat aber unsere Mama, die Clara und der Luciano uns geholfen und unter die Arme gegriffen und es geht wieder aufwärts. Deswegen gehen wir mal rein ins Spiel und wir sollen jetzt quasi, hatten jetzt gerade geschlafen und jetzt mal eine Frage, was wir jetzt machen sollen. Rüste nach deinen Kühlschrank, was? Rüste nach deinen Kühlschrank auf Level 2. Schönes Deutsch, aber ich glaube wir mussten hier in die Ausstattung oder wie war das? Anpassung auch das. Kühlschrank. Kühlschrank? Ja wo ist denn der Kühlschrank? Oder ist das Außen-Innen? Na da kann man nur sehen. Aussehen. Guck mal hier können wir was Neues haben. Hört auch nicht schlecht aus, aber ich würde hierbei bleiben. Ja aber ist ja nichts. Rüste nach deinen Kühlschrank auf Level 2. Wie komme ich denn jetzt da rein? Aktualisierung? Ah ja guck. Kühlschrank. Das ist Level 1. Das ist Level 2. Dann kaufen wir den für 50. Sehr schön. Bestell und hole ab alle Produkte, die zum Verkauf benötigt werden. Ja und jetzt geht es nämlich mal wieder los. Achso, wir sind da am PC. Laden. Ja. Wir holen Brötchen ab. Wir holen zweimal rohes Fleisch. Wir holen zweimal rohe Bacon. Wir holen die Scheibenkäse. Tomaten. Den Tank. Zwiebeln. Pommes. Frittierfett. Nehmen wir auch lieber zweimal. Ketchup. Mayonnaise. Senf. Also wir sind wieder die Burgerputze, die wir vorher waren. Pizza haben wir jetzt einfach mal gelernt. Gut. Bestell und hole die ab. Also fahren wir los. Zu Tante Clara. Machen die Tür zu. Geht nicht. Egal. Braucht nicht sein. Auf geht's. Wir heizen jetzt hier durch. Da kommt bestimmt keiner. So. Habe ich gerade mal da rumgeschafft. Die Bushaltestelle lasse ich heute auch leben. Ja. Lasse ich. Mutter Clara arbeitet. Oder Mutter Clara. Wenn ich die Produkte hole, weiß ich schon aus dem Kopf. Guck mal wie schön. Hier ist eigentlich der Spritverbrauch. Das steht hier aber nirgends wohl. 800 Öcken haben wir. Das ist doch schon mal gut. Man hat dafür gesorgt. Kriegen wir wieder Rabatt übrigens. Aber da unten steht übrigens. Ob es voll ist oder nicht voll ist. Ja. Ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Aber okay. Rabatt erhalten. Zusammenfassung. Gut. Aber jetzt müssen wir einsortieren. Regal ins Brötchen. Fleisch hier hin. Bacon hier hin. Das da hin. Tomaten. Auch im Kühlschrank. Zwiebeln. Rohr Pommes in den Gefrierer. Frittier, Fett, Ketchup, Mayo, Senf. Zustimmen. Gut. Wo sollen wir hin? Bestelle haben wir schon. Neues Kartentick mal entdeckt. Besser schön. Ja und wo dürfen wir jetzt hinfahren? Wir haben uns jetzt hier nichts angezeigt. Da haben wir noch nicht alles abgeholt. Können wir noch mal zurückfahren. Ne, haben wir noch alles abgeholt. Ja Leute, jetzt. Darf ich jetzt selbst entscheiden, wo ich hinfahre? Hier zum Business vielleicht. Das ist eine gute Frage. Wir fahren dann einfach mal los. Das war nicht hier der Serengeti Park. Wir schauen mal, ob wir da ein Plätzchen finden. Aber da ist nichts angezeigt. Jetzt wurde ja eine Map neu Neues zugeschaltet. Der Italy District gab es den schon. Komm, lass uns mal hochfahren. Vielleicht ist ja das gemeint, dass ich den Ich bin dran. Dass ich den District mir anschauen soll. Oh, ob das mein Truck schafft hier? Ganz schön steil. Sieht auf jeden Fall nice aus hier oben. Wir fahren jetzt einfach mal links. In den linken Verkehr. Ja, wir fahren ja schon wieder rüber. Wir fahren aber lahm. Wir müssen doch irgendwann mal weiterkommen. Zeit ist Geld hier. Ja. Das ist ein Fragezeichen. Ui, guck mal hier. Vielleicht müssen wir nämlich hier die Pizza-Gedöns abbringen. Der Versorgungspunkt ist geschlossen. Hier muss man bestimmt Pizza. Aber wie ich da eingeparkt habe, ne? End. Genial. Ja, das haben wir irgendwie nicht erreicht, was wir erreichen sollten. Also wir haben eingekauft. Und eingeräumt. Oh, das ist aber ein schöner Aussichtspunkt hier. Hier kann man schön auch gut verkaufen. Guckt mal hier. Aber wir dürfen hier nichts verkaufen. Was ist da? Da kriegen wir neue Reifen. Schön. Weil die sollen wir auch immer wieder mal abfahren. Aber das soll jetzt nicht der Hauptpunkt dieser Folge sein, dass wir hier durch die Stadt fahren. Ich meine, das sieht ja nett aus. Fällt euch vielleicht auch. Aber eigentlich wollen wir ja jetzt mal verkaufen, arbeiten, wie auch immer. Da war geschlossen. Wir halten jetzt mal kurz, gucken auf die Map. Wir sind jetzt hier oben. Haben uns den ganzen Distrikt angeguckt. Hier sind Fragezeichen. Vielleicht zu dem Business hier. Oder wieder ins Kajütchen. Runter ist was schwieriger hoch. Nicht zu viel Speed bekommt. Aber ich finde, so langsam habe ich den raus. Es gibt ja so verschiedene Simulatoren. Natürlich bin ich ein OMSI-Fan, Euro Truck Simulator. Aber mit Tastatur zu fahren, geht gar nicht. Habe ich am Anfang gar nichts am Anfang gemacht. Aber natürlich habe ich mein schönes Lenkrad. Und damit geht es besser. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel mit Lenkrad ginge. Aber gut. Du bist ja jetzt nicht ständig unterwegs. So, italienisch, italienisch. Dass ich nicht hupen kann. Das nächste, was ich kaufen möchte, ist eine Hupe. Ja, die hupen nämlich alle. So, wo fahren wir hin, weiß ich gar nicht. Wir wollten ja eigentlich mal dieses andere Business-Gedöns uns angucken. Oder wieder nach Hause fahren. Jetzt haben wir doch was mitgenommen. Das ist ein Supermarkt. Da ist eine Achterbahn oder was das? Ja, Freizeitpark. Ach, hier kommt von hier aus in dem Shop. Aber nochmal. Ich kann ja nochmal hinfahren. Aber wir haben ja alles. Hi, die winken wir schon. Ach, guck mal. Wir haben nicht genügend. Wir müssen noch Scheibenkäse... Jetzt sehe ich das. 4, 8, 12. Also Scheibenkäse noch dazu. Dann nochmal Bacon einmal. Das war der Punkt. Sind ja mal 4, ne? Rohes Fleisch brauchen wir nämlich. Ich glaube, ich hatte 4 geholt. Oder 2 ist jetzt auch egal. So. Jetzt könnte das. Jetzt haben wir alles. Guck mal. Das war der Fehler. Fahrrad zum Verkaufsbomben im Business-Park. Ah ja, da wollten wir ja auch hin. Wo ist der? Erstmal Richtung Garage und dann ein Stück weiter. Ich glaube, den Weg zur Garage will jetzt nicht. Aber da wird es ja auch wieder angezeigt. Vielleicht gestern war das mal kurz weg, ne? Diese Anzeige. Geh schneller, geh schneller. Glück gehabt. Ah. 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 Da ist aber auch wieder Larm unterwegs hier. Jetzt kommen wir ja gar nicht durch. Wer sagt uns denn mal, dass hier gesperrt ist? Na gut, die Map eigentlich. Dann deshalb muss das Schild auch dran glauben. Ich hätte ja jetzt friedlich hier gesagt, alles gut, aber so nicht, Leute. Was ist das hier, Business-Park? Nein. Wobei das steht in 72 Meter. Fahren wir mal rein. Aber enge Gassen, ja. Ja. Ich glaube, wir sind richtig. Sind wir auch. Ehe gedrückt halten. Und jetzt kann es wieder losgehen. I break together. Also, haben wir jetzt hier schon 11 Minuten verbraucht, nur um alles einzukaufen. Aber wir haben uns Little Italy angeguckt. Ist ja auch nice. Und jetzt dürfen wir wieder hier richtig viel herstellen. Mir graut schon. Das ist auch jetzt für heute die dritte Aufnahme. Und das wird für den heutigen Tag auch die letzte sein. Das ist echt anstrengend, so ein bisschen. Aber das ist wieder unser eigenes Geschäft. Deswegen. Keine Zeit zu verständen, Schwenden. Ja. Wollen wir schon losgehen? Gerne. Wir brauchen einmal das Propangas. Das weiß ich ja jetzt. Die Container. In der Suche werden wir zur Lagerung von Produktscheiben verwendet. Du kannst die einzelnen Tabletten in die Ablage legen. Jedes Fach kann nur einen Produkttyp. Achso, das sind die für die Reste. So, Gas ist an. Grill ist an. Und da haben wir schon die ersten Bestellungen. Und zwar ein Premium-Schießburger. Ja. Bin ich gerade erfordert. Da haben wir ein Brötchen. Das müssen wir einmal schneiden. Dann grillen wir das schon mal an. Und dann grillen wir auch das Fleisch. Das ist im Kühlschrank. Das ist das einmal. Ja. Und den Bacon. Dann holen wir uns schon mal so ein Schüsselchen. Käse brauchen wir nachher nur noch. Aber der ist ja auch im Kühlschrank. So, wie muss das denn gebraten sein? Medium. Beides Medium. Beides Medium. Medium. Und die Reihenfolge wieder einhalten. Das Fleisch hätte schon drauf gekonnt. Danach kommt der Speck. Dann ist der Käse. Der Käse ist auch schon fertig. Käse. Burger, Brötchen, Burger. Fertig für die Eins. Wolltet ihr noch eine andere Sache? Nein. Bitteschön. Denke. Ich bin wieder mein Element. Guck mal. Gut. Zwei ist ein klassischer Burger. Dafür müssen wir auch ein Brot haben. Ruft da jemand an? Ne. Nicht bei uns. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht damit anzufangen. Aber wir müssen schon näher ran an den Grill leider. Dann brauchen wir einmal Fleisch. Gut durchgebraten. Da kommt schon ein Tomatenburger. Dann kann ich schon mal eine rein. Dann kann ich da schon mal eine zweite machen. Also gut durchgebraten ist das. Tomatenburger braucht ja auch Fleisch. Und auch Tomaten. Roh gebraten. Rohes Fleisch. Was ist mit dem Tomatenburger? Der muss roh gebraten sein. Medium gebraten. Dann ist der schon für die Geschichte hier. Und der müsste jetzt nach Medium ja gut durchgebraten sein. Gut durchgebraten. Truff. Mehr ist das gar nicht da oben. Ne. Brötchen drauf. Auftrag zwei erledigt. Vielen Dank. Lassen Sie es schmecken. So. Der Tomatenburger. Der braucht natürlich noch Tomaten. Und neues Brot. Was? Verstehe mal nicht was die sagen. So. Das müssen wir. Dann brauchen wir noch Fleisch natürlich. Aber mehr nicht. Dann noch Tomaten halt. haben wir gar keine Tomaten. Ach so, die sind ja im Kühlschrank. Und jetzt können wir die Tomatenscheiben nämlich, wenn wir sie geschnitten haben. Aber wir gucken jetzt erstmal nach dem Fleisch roh gebraten. Das ist nämlich schon knusprig. Ach, den hatten wir ja schon gebraten. Stimmt, da war ich ja schon so schnell. Ja, hoffen wir mal, dass es gleich gut geht. Wir lassen den jetzt hier nach dem Rohbraten medium gebraten. Nehmen wir den mal raus. Dann machen wir uns das hier. Warum ist das nicht fertig geschnitten? Habe ich ein bisschen komisch geschnitten. Ich weiß jetzt. So, wie viele Tomatenscheiben? Zwei. Nach dem Fleisch. In die drei. Dankeschön. Auch noch alles gut. Danke. Dann kommt die vierte Bestellung schon rein. Premium Cheeseburger. Dafür brauchen wir wieder Brot. Ah, wir müssen erstmal die Tomatenscheiben tun. So. Dann nehmen wir unser Brötchen. Auf den Grill. Und wenn wir jetzt ein Medium Fleisch dafür brauchen, hätten wir das ja schon. Ja, das ist doch schön. Was kommt danach? Kommt noch ein Cheeseburger. Heißt also, wir können schon mal zwei von den Paketen hier raus tun. Cheeseburger Brötchen. Dann kommt das Fleisch. Dann kommt das Fleisch. Auch den Speck habe ich ganz angehört. Das wird nachher zu kross. Das legen wir mal hier hin. Äh, der Speck und Käse. Ja. Ja. Wir müssen ihn auch noch durchbraten. Und für den Trainer ist das ja auch nochmal dasselbe. Können wir auch schon mal ein Stück Fleisch braten. Und auch schon mal den Speck braten. So, was war mit dem Speck? Äh, Medium gebraten. Na, das ist noch nicht fertig. Zack. Zack. Ah, nee, da konnte der Cheese... Ah, ich habe den Käse vergessen. Darf ich den noch nachträglich machen? Ja, nimmt er an. Gut, das war die vier. Gut, zufrieden. Das muss auch beides Medium sein. Deswegen nehmen wir das jetzt runter. Das ist ja nochmal so ein Premium Burger. Wir brauchen nämlich jetzt ein Brötchen. Was klingelt denn da die ganze Zeit? Es ist auch immer Mama ruft an. Aber ich denke, gerade habe ich das schon ein bisschen im Griff, ne? So, der wollte ja auch nochmal einen Premium Burger haben. Ja, dafür habe ich Speck und Dings schon fertig. Käse noch drauf. Und dann kommt nochmal ein Tomatenburger. Dann machen wir direkt nochmal ein Brötchen, wo wir gerade dabei sind. Tomaten haben wir ja noch. So, die Knuspringen können runter. Und da ist eigentlich schon alles fertig. Das Fleisch, den Speck und der Käse wieder. Den ist schon wieder vergessen, fast. Das ist für die fünf. Vielen Dank. Sehr gut. Und die sechs bekommt ja den Tomatenburger. Da gibt es einmal ein neues Päckchen, bitte. Da kann ich eine Scheibe schon da reintun. Oh, ne, wir können es ja dazwischen schieben. Dann das roh gebratene Fleisch. Das habe ich noch nicht gemacht. Zweimal Tomatenscheiben haben wir noch. Und das andere kommt dazwischen. Und dann kommt noch ein Doppeldecker mit Mayo. Nein, das machen wir noch nicht, weil wir das Brötchen noch nicht fertig haben. Fleisch roh gebraten. Das ist gut. Der kommt dazwischen. Dann die zwei Tomatenscheiben. Und dann das Brötchen hatten wir ja schon gemacht. Das ist für die sechs. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Und die sieben bekommt den Doppeldecker mit Mayo. Dann fangen wir mit dem Brot jetzt an. Nice. Nice. Oder willst du noch ein Eis? Das hätten sie gern. So, dann haben wir zweimal Fleisch. Weil wir haben ja nur vier Plätze auf unserem Grill. Das müssen wir wissen. Deswegen ist das schwierig. Tomatenscheibe eine. Die haben wir noch. Die Mayonnaise. Waren die Soßen nicht hier hinten? Ne, wo waren denn die Soßen? Knuspriges Brötchen. Das ist schon fertig. Das Fleisch war medium gebraten. Und jetzt können wir nämlich den Bacon dazwischen tun. Machen wir dann Platz frei. Ja. Fleisch medium gebraten. Das ist schön. Dann kommt das Fleisch zweimal da drauf. Der Bacon. Was ist mit dem? Gut durch. Dann müssen wir darauf mal ein bisschen warten. Mehr können wir nicht vorbereiten. Nach dem Bacon kommt die Tomatenscheibe noch. Scheibenkäse. Ja, Leute. Hi. Wie geht's euch? Ich hab gerade ein bisschen Zeit. Mit euch zu quasseln. Danach muss ich sauber machen. Und dann gastet schon wieder. 37% haben wir noch Gas. Die Telefongedönse. Immer diese so medium gebraten. Das dauert noch. Gut durch ist gut durch. Und das will gut Weile haben. Junge Frau. Wie viel Zeit haben wir denn noch für Sie? Ach ja. 2,37 Sekunden. Das ist gut. Der Speck ist auch jetzt gleich durch. Gott sieht das hier aus. Ich brech zusammen. Aber so möchte ich noch nicht. Muss man sauber machen. So, gut durch. Das war richtig. Die Tomatenscheibe als nächstes. Den Käse dann noch da drauf. Eigentlich dadurch, dass man das dazwischen schieben kann, ist das ja eigentlich egal. Kann ich ja eigentlich schon als Vorbereitung. Die Mayonnaise noch nicht vergessen. Gut. Drauf. Und rein in das Tütchen. Und lassen Sie sich schmecken. Vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Gut. Ich soll jetzt putzen. Zurück. Fahr zurück in die Stadt. Aber ich muss doch sauber machen. Erstmal machen wir den Grill aus. Hier hatten wir gar nichts an. Das war die Fritteuse. So. Der Grill hatte dieses Ding hier. Aber sehr dreckig. Da drunten sind noch Pommes. Wie kommen die denn da runter? Oder ist das keine Pommes? Das ist alles. So. Der Grill ist sauber. Die Arbeitsfläche noch. Dafür brauchen wir aber den Schwamm. Auch fertig. Super. Heißt, wir haben nichts anderes benutzt. Alles andere ist aus. Der Teller ist leer. Die Soße können wir noch wieder reinstellen. Habe ich das jetzt reingestellt? Anscheinend ist es weg. Gut. Dann können wir zurück in die Stadt fahren. Bist du sicher? Natürlich. Ich finde das lief ganz gut. Also man ist dann doch irgendwann organisiert. Natürlich, wenn der jetzt da fünf Bestellungen geht, die Pommes noch dazu und vielleicht noch eine Pizza. Heftig. Business ist Business. Soll ich hin? Nach Hause oder was? Ach, kommt ein Anruf. Mach mal. Ich habe einen Job für dich. Hast du gerade etwas Zeit? Boah. Das geht. Sicher? Was steht an? Geh zurück zur Garage und erkläre dir alles, wenn du angekommen bist. Okay. Oh, hier kommen wir ja gar nicht raus. Oder? Doch. Doch. Oh. Also sollte man auch drehen. Das ist knapp, aber es geht. Die fahren ja wohl auch für uns runter. Danke. Und tschüss. Go back to the Garage. Es ist rot, aber es ist egal. Es ist egal. Ach, hier sind wir jetzt. Da hinten war die Mama, glaube ich. Hätten wir auch zu Mama fahren können, wenn sie was für uns sagt. Oh, ich glaube, ich habe mich trotzdem verfahren. Ich dachte, es wäre hier. Ich habe mich völlig verfahren. Glaube ich. Was sind wir? Oh ja. Ziemlich verfahren. War dann doch nicht die Mama. Durch diesen Kreisverkehr musst du fahren. Ach, wir können abkürzen. Mal eben kurz gucken. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Das ist klein, die Map. Aber gut, Italien haben wir ja neu dazugekommen. Kann sich schon verfahren. Ich glaube, es war diese Straße. Da ist eh gesperrt. Und dann war es doch direkt wieder links, oder? Unsere hohle Gasse hier. Ja. Unsere wunderschöne Gasse. Oh, falscher Knopf. Dann fahren wir nicht. Gut. Mach das Garagentor auf. Gott, bless America. Bless America. Please. Haha. Böser Fehler. So. Ich stehe da schon. E. Gut. Sprich mit Clara ist die nächste Geschichte. Die ruft gerade an. Minutentechnisch sind wir fast durch. Komm, wir sprechen noch mit ihr. Hey Junge, bist du schon da? Ja. Perfektes Timing. Ich komme mit direkt zum Punkt. Ich habe meinen Lieferfahrer verloren. Ich weiß nicht für wie lange. Und ich dachte, dass du die richtige Person bist, ihn zu ersetzen. Clara, natürlich. Endlich kann ich dir das zurückzahlen, was ich dir schulde. Wenn es das, worüber du nachdenken willst, dann halte ich dich nicht auf. Aber das wird ein normaler Job sein. Und du wirst auch bezahlt wie ein normaler Lieferant. Also gut. Ich habe dir alle Details an den PC geschickt. Okay. Lass mich einen Blick drauf werfen. Superschön. Gut. Dann gucken wir uns den Blick beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir hier wieder auch gut zurückkommen. Nicht, dass wir die Tour normal machen müssen. Alles gut. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Es lief heute gut. 816 Öcken haben wir eingenommen. Oder haben wir insgesamt auf unserem Konto. Der Ablauf war sehr vernünftig. Jetzt müssen wir was ausliefern. Man hat immer was anderes zu tun irgendwie in dem Spiel. Man ist jetzt nicht nur am Herstellen. Das wäre vielleicht dann auch ein bisschen langweilig. Gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.